Amo-Rockets Amo-Rockets Ich glaube, ich mach mal so zwei in den Helmen oder so Den Rest Mach ich mal draußen Äh, das glaube ich, im Dunkeln Das ist noch schön Den Rest machst du drin Drinnen, drin ist besser Komm mal an mit der ersten Der Stab, Alter, das war jetzt eine Täuschung Das war mega schlecht Dann sind die wahrscheinlich schlechter geworden Das wäre jetzt sehr mager Wenn du mit dem Mikrofon einfach in der Rakete schon drin warst Naja, das ist das Mikro, weil ich unterschätze es Ja, das war schon mal besser Die war gut Komm Leute, da machen wir noch eine Also, machen wir mal die letzte hier Die war eigentlich auch relativ gut Ja, war okay gewesen Ja, war okay So Bis zum nächsten Mal future